Gefräßige Wölfe im Schafspelz Eine dringende Botschaft von unserem Herrn an die geliebte Shelly Anna. Jesus Christus, unser Heer und Retter, sagt Meine Geliebten, Empfand heute meinen Segen der Einsicht, damit euer Glaube unerschütterlich ist. Gefräßige Wölfe im Schafspelz Es gibt viele, die keine gesegnete Hoffnung haben, die in Verzweiflung leben und sich von Dämonen beeinflussen lassen, die sich als Boten des Lichts, als Engel vom Himmel ausgeben. Sie werden von Dämonen beeinflusst, die sich als Boten des Lichts, als Engel des Himmels, ausgeben. Das ist die Falle einer starken Täuschung, die von denen Besitz ergriffen hat, die nur wenig oder gar nicht an mich oder meinen Heiligen Geist glauben, der keine Furcht hervorruft, sondern den Glauben an mich und meinen Vater stärkt, der mich als Brücke der Rettung in die Welt gesandt hat. Satan bereitet diese Welt auf die Trübsal vor. Viele werden zurückbleiben, weil sie sich für die Verzweiflung entschieden haben, statt für die gesegnete Hoffnung, die nur mein Heiliger Geist einflößt. Kommt zu mir und lasst euch mit meinem Heiligen Geist erfüllen, der den Glauben an mich, euren Erlöser, festigt. So spricht der Heer. Titus 2, 10-14 Sie sollen nicht rauben, sondern alle gute Treue zeigen, damit sie die Lehre Gottes, unseres Retters, in allen Dingen schmücken. Denn die Gnade Gottes, die das Heil bringt, ist allen Menschen erschienen und hat uns gelehrt, dass wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Liste verleugnend, nicht an, gerecht und gottesfürchtig leben sollen in dieser Welt, in der Erwartung der seligen Hoffnung und der herrlichen Erscheinung des großen Gottes Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein besonderes Volk zu reinigen, das nach guten Werken eifert. Errichte uns mit deiner Einsicht. Amen. 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 Amen.